Hallo und herzlich willkommen bei den Style Coaches. Mein Name ist Sven Enschel für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin quasi der Haar-Style Coach. Ihr habt euch gewünscht, einfach ein bisschen mehr Salon-Impressionen zu sehen und den Wunsch erfülle ich euch natürlich. Ich habe mit meinen Mitarbeitern gesprochen und wir haben ganz viele tolle Ergebnisse und heute ist mein erstes Video. Für euch kommentiert hier die Julia mit einem Wahnsinnsfeuerrot und ihr könnt echt gespannt sein, was das am Ende für ein cooles Ergebnis ist. Ja, was geht es heute in unserem ersten Video? Die liebe Julia kam zu uns in den Salon und hatte ein tolles Rot. Allerdings war der Ansatz herausgewachsen und sie hatte dunkle Streben, dunkle Partien im Hinterkopfbereich und Ziel ist es wirklich ein einheitliches, tolles Rot zu schaffen, was am Ende wirklich im Styling mit Wellen, mit Locken einfach fantastisch aussieht. Ja, und dass das nicht ganz so einfache Herausforderung war und einen richtig großen Zeitaufwand gebraucht hat, das könnt ihr jetzt im Video sehen. Was ihr hier sehen könnt, ist Julia vorher und zwar von hinten, weil das natürlich für uns die größte Herausforderung war. Also man sieht das hier sehr schön. Julia war die Ausgangsfarbe dunkelbraun-schwarz. Das Haar ist eher semiprofessionell aufgehellt worden. Ansätze und teilweise die Längen sind schon sehr gut blondiert worden, heller gefärbt worden. Allerdings im hinteren Bereich sind diese dunklen Stellen wahrscheinlich nicht ganz so von der Farbe her aufgehellt, wie das gewünscht wurde. Ja, und Julia's Wunsch ist jetzt wirklich hier ein einheitliches, tolles Rot herauszubekommen, was uns Vorsorger natürlich immer erst noch vor die Herausforderung stellt. Ja, was können wir denn jetzt machen? Also das heißt, hier braucht es erstmal eine Auffällung der Strähnen. Also für euch da draußen, wer jetzt denkt, okay, ich kann jetzt hier einfach ein kräftiges Rot über die Haare geben und habe am Ende ein einheitliches Ergebnis, das wird so nicht stattfinden. Es ist einfach so, wenn das Haar mit dunklen Pigmenten vorgearbeitet ist und die dunklen Pigmente sehr haften, also wenn es die Blondierung schon am Ende nicht heller bekommen hat, dann geht natürlich hier auch kein Rotpigment am Ende drauf, weil die Schuppenschicht hier schon extrem absteht und Rotpigmente so klein sind in ihrer Kräftigkeit, dass die sich nicht unter die Schuppenschicht schieben lassen und am Ende ein schöner gleicher Ton herauskommt. Also wenn ihr draußen irgendwann genau die Situation habt, dann geht es erstmal nur, indem ihr die dunklen Stellen nochmal blondiert, wenn es die Haare am Ende ergeben. Unterstützt hat mich bei diesem Projekt unsere Friseurin Vivian. Vivian wird als allererstes mal die dunklen Stellen jetzt hier mit einer Softblondierung, also Softblondierung heißt so niedrigprozentig wie geht, hier in dem Fall jetzt mit 1,9% nochmal gearbeitet. Blondierung wurde hier von Vela genommen. Warum Vela? Weil Vela doch eine relativ gute Durchschlagskraft hat, also eine relativ gute Auffällung hat und trotzdem in Verbindung mit Olaplex als Schutz das Haar ein Stück weit noch schützt. Das Olaplex wurde in die Blondierung schon vorher reingegeben als Schutzfilter insgesamt für die Längenspitzen. Also für euch, man sieht hier, es ist wirklich ein extremer Aufwand. Die Ansätze, das kann man hier sehr schön sehen, sind halt ebenfalls dunkel, müssen dann natürlich auch noch aufgehellt werden. Aber als allererstes geht es mal hier mit den Längen los. Es geht jetzt über den ganzen Kopf und wenn ihr solche Bedienungen einfach beim Friseur buchen wollt, dann bitte entweder sprecht mit dem Friseur, lasst euch vielleicht vorher oder sagt dem Friseur einfach, okay, das und das passiert. Vielleicht könnt ihr ein Bild vorher schicken. Das ist immer ganz cool, so machen wir das, damit wir schon so ein Stück weit in die Vorbereitung kommen können und auch den Zeitaufwand abschätzen können, weil das ist ein Punkt, der ganz, ganz oft unterschätzt wird, weil ja, also Julia war hier viereinhalb bis fünf Stunden bei uns im Salon, um wirklich hier ein einheitliches Ergebnis zu erzielen. Also da muss man wirklich aufpassen, wie man es dem Friseur kommuniziert. Hier kann man sehen, erstes Zwischenergebnis, die Länge und Spitzen komplett in Folien gepackt zum Aufhellen und die Ansätze im gleichen Gang aufgehellt und den Naturansatzton hier von einem, ja mittelbraun, wirklich in einen Blond zu verwandeln, um dann am Ende ein einheitliches Ergebnis zu bekommen. Sieht man sehr schön, der erste Gang ist relativ gut gelaufen vom Ergebnis her. Ich hätte es sogar fast so cool gefunden, weil wenn das Ganze geschnitten und gepflegt ist, ja, ergibt das mit den hellen Strähnen auch ein cooles Ergebnis. Julia hat sich dafür entschieden, trotz allem richtig schön rot zu sein, komplett rot und einheitlich rot und deswegen hat unsere Vivian jetzt hier die Ansätze, erstmal in dem gleichen Rot tun wie das Vorrot eingestrichen und gefärbt und arbeitet sich dann komplett zu den Längen und Spitzen durch. Ja, wie gesagt, wenn ihr sowas beim Friseur plant, weil das ist natürlich auch eine Bedienung, die ist nicht ganz normal, nicht ganz normal vom Zeitfenster, aber auch nicht ganz normal vom kreislichen Aufwand, weil hier einmal klar die ganze Arbeitszeit des Friseurs mitbezahlt werden muss, also sprich bei etwa vier Stunden ist das nicht unerheblich, je nach Kalkulation des Salons und natürlich auch vom Materialaufwand. Also die Julia hat wirklich hier ja doch ein recht starkes Haar, also das heißt hier schon einige Farbeinheiten dabei mit ins Land und deswegen ist der Preis natürlich nicht unerheblich. Ich denke insgesamt wird man hier so zwischen 300 und 400 Euro liegen mit Haarschnitt und Olaplex als Pflege, wobei es hier unerheblich ist, ob es jetzt ein reines Olaplex ist oder eine andere Spezialpflege. Bei solchen großen Bedienungen, die wirklich das Haar so dermaßen beanspruchen, ist es natürlich immer wichtig, die Haare im direkten Gang mit zu pflegen, am besten dann auch gleich mit dementsprechenden Produkten am Ende wieder aufzubauen, beziehungsweise dann natürlich auch hinterher für euch, um das Farbergebnis wirklich schön zu halten und die Rotpigmente weiter im Haar zu verstärken, dann kann ihr mit Farbconditioner oder Farbshampoo am besten und Farbshampoo verarbeiten, um hier wirklich ein schönes, langhaltendes Ergebnis zu erzielen. Ja, wie wir in der Arbeitsliste durch, man sieht es, der Aufwand ist schon ordentlich, also es geht los mit den Ansätzen, dann zu den Mittelstücken und ganz zum Schluss auf die wirklich hellen Partie. Ja, und Julias Tochter, die hat das Ganze hier wirklich mit ausgehalten im wahrsten Sinne des Wortes und hat sich das spannend angeguckt und ist wirklich ein ganz, ganz liebes Mädel und fand insgesamt anscheinend auch gefallen bei einem relativ langen Friseurbesuchen. Fand ich ganz witzig, ich muss wirklich sagen, die hat das hier toll gemacht und wie man sieht, man kann auch mit Kind zum Friseur gehen. Das ist immer schön, finde ich, das auch dann für Mutter hier die Möglichkeit besteht, auch mit Kind zu nehmen. Ja, einen Haarschnitt gab es natürlich auch. Ist klar, nach so einer Bedienung müssen die Spitzen geschnitten werden. Insgesamt sind jetzt hier nochmal zwei, zweieinhalb Zentimeter gefallen, um wirklich eine schöne, kompakte Linie am Ende zu haben. Ich finde immer, ein langes Haar sollte am Ende auch einen Haarschnitt haben, also sprich, man sollte auch wirklich sehen, dass die Haare geschnitten sind, weil ansonsten ist natürlich die Herausforderung, dass das Ganze doch schnell ungepflegt aussieht. Ja, Haare wurden getrocknet und vom Styling her hat sich die Julia ein Wellenstyling gewünscht und deswegen hat Vivien jetzt hier ganz einfach die Haare mit einem GHD-Cadeisen durchgearbeitet und hat hier wirklich eine schöne Welle erzielt. Es sollte nicht ganz so frisörig sein, also sprich, es sollte wirklich eher ein bisschen Bewegung sein, leichter gebellt sein und ja, das habt ihr gerade gesehen. Und kleines Special noch am Oberkopf, ja, eine Flechtfrisur. Hilft natürlich bei so langen Haaren, dass das Haar nicht ins Gesicht fällt, gerade im Alltag und finde ich, das ist eine ganz schöne Variante, um hier ja mal einfach nochmal zusätzlich ein Styling zu kreieren, gerade am zweiten oder dritten Tag, wenn am Ende die Locken vielleicht schon ein bisschen ausgehangen sind und das Ganze trotzdem noch interessant aussehen soll oder wenn ihr auf eine Party geht, dann macht sich es mit so einem Oberkopf-Flechtstück relativ einfach und ja, was ist für ein Ende für ein tolles, langes, rotes Haar. Ja, ich fand es echt spannend und ich finde es auch toll, wenn mal nicht immer nur Banayage, Foyage, Bront und sonstige Töne gefärbt werden, sondern ich finde es halt genial, auch mal wieder so ein richtig hammergeiles rotes Ergebnis zu haben. Wie gesagt, wichtig für euch, das Ganze muss natürlich gut gepflegt sein. Nach der Aktion sollte immer mit einem Shampoo Conditioner mit Farbpigmenten behandelt werden, am Ende von euch zu Hause, um hier wirklich dann die Farbpigmente auch im Haar zu halten. Ja, nachfärben ist natürlich auch immer ein Punkt. Die Längen sind ja jetzt in Ordnung. Ich denke, die müsste man vielleicht auch mal nachtönen, vielleicht zwei oder drei Friseure besuchen. Die Ansätze, ich persönlich würde eher die Haare ruhig mal zwei, drei Monate auswachsen lassen. Also sprich, bis drei Zentimeter könnte man gehen, trotz des dunklen Untertons, weil am Ende ist es trotz allem so, dass natürlich erst wieder blondiert werden muss bei so einem dunklen Ausgangston und dann mit rot rübergegangen sein soll. Aber ich finde, um die Haare trotz allem zu schonen, wäre es wirklich wichtig, hier ruhig die Haare mal drei Zentimeter oder vier Zentimeter auswachsen zu lassen. Das schafft am Ende eine gute Blondierung mit einer relativ langen Einwirkzeit und einem ganz niedrigen Oxidanten. Und ich denke, dann lässt sich das Haar auch weiterhin in so einem guten Zustand erhalten, wie es jetzt hier ist. Ja, das war mein erstes kommentiertes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Wenn ihr weitere Salon-Impressionen sehen wollt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder auch was ihr gerne sehen wollt. Das ist immer wichtig für uns. Ja, und auch euer Feedback interessiert natürlich auch mein Team. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Es wäre toll, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, die Glocke aktivieren würdet. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, und natürlich haben wir für euch schon das nächste Video vorbereitet. Und da werdet ihr die Bezauberung der Laura sehen. Also, der Laura hat lange, dunkle Haare, ja, ewig nicht geschnitten und wünscht sich den perfekten Langhaarschnitt, wie der aussieht und wie viel ich dann wirklich am Ende die Schere benutzen durfte. Das werdet ihr sehen. Und unsere Beauty-Expertin Jasmin hat ein kleines Battle gemacht mit Laura. Also sprich, die beiden haben dann am Ende nochmal versucht, ihr Langhaar-Styling zusammen zu kreieren. Auch das ist wirklich cool. Ich bin gespannt.